Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Serie, wir lassen uns mal wieder einrenken in Rocket League. Wir werden natürlich wieder versuchen, das Bestbildliche rauszuholen aus den letzten fünf Games. Wir hoffen natürlich, dass wir ein paar Siege mehr ranholen als jeder Lagen und werden einfach sehen, was es heute so witzig bringt, das Game, oder? Genau, die letzte Folge, drei gewonnen, zwei verloren. Mal schauen, ob es so gut weitergeht. Ja, auf jeden Fall, let's go. So, erstes Game von den letzten fünf. Nicht, dass es jetzt das erste, erste ist. Erstes Game von den letzten fünf, ja, das ist sehr gut gesagt. Ja, genau. Gleich wieder gegen Team. Ja, Grand Champ auch wieder dabei. Klassiker. Schön konzentrieren und dann wird das, oh, ein direkt Free-Goal. Let's go. Nice. 1-0, fängt gut an, die Folge. Jo, besseren Start kann man nicht haben. Das stimmt. Ah, wolltest du Pressball machen? Ja, ich weiß nicht, was ich machen wollte, um ehrlich zu sein. Ja, ich wusste nicht, ob ich dran gehen soll oder nicht. Let's go. Yes, let's go. Schön. So. In einer Minute zwei Tore. Läuft. Läuft. Das ist ein Dauerrenner. Alter, verhext. Top Start hier im ersten Game. Oh, schön durchgeschickt. Oh mein Gott. Ey, ohne Scheiß, das war so butter smooth. Ja. Boah. Uff. Wie du noch abgebremst hast, damit er perfekt reingeht. Schön überwie drüber. Das ist auch so funktioniert halt. What the fuck. Hätte ich nicht erwartet. Mega. Oh mein Gott. Ja, ich bin nice. Oh mein Gott. Jo, was ist los? Ich bin so da hinten, so dieses Koralle. Ich muss auch sagen, dass dieser Look vom Stadion, der passt wieder perfekt zu dem hitzigen Thema. Das stimmt, ja. Ist ja jetzt schon, boah, ist ja schon ewig drin, die Arena, ne? Ja, aber die passt besser als die andere neue, weil die so leglos ist. Finde ich auch. Alter, finde ich die auch um einiges geiler. Boah. Den hast du gut gemacht. Er wollte gerade sagen, du hast das schön gemacht, oder? Also ich hätte auch gedacht, ich, aber nein. Ich dachte auch erst, dass du den so geil berührt hast nochmal. Das war auch so awesome, ehrlich zu sein. Den hat der Gegner gut gemacht. Ja. Aber sonst wärst du ja dran gewesen, also von daher. Ja. Oh mein Gott. It's a free. Free goal. Ja, GG. Ja, GG, habe ich mir fast gedacht. Echt? Erstes Game gewonnen. Das ist jetzt nicht gerechnet. Auf ins nächste. Boah, dieses Game. Game. Oh, das schaut aus gegen Franzosen. Ausschätzt. Unser Kryptonit. Crime. Oh ja. Das ist echt so. Ich finde auch so sehr, wie man Franzosen hasst, aber die spielen manchmal echt nicht schlecht. Muss ich leider zugeben. Naja, die spielen echt gut. Yo. Ich konnte gar nichts machen. Yo, im Endeffekt. Okay, okay. Ja. Das war ein Hin und Her. Ich habe selber nicht mehr verstanden, was jetzt die Sache ist. Oh, geil. Sehr platzierter. Ist geil gewesen. Nice. Let's go. Schöner Pass. Danke. Sollte natürlich ein Pass werden. Ja. Sehr gut. Nicht verwirren lassen hier. Oh mein Gott. Let's fucking euch zerstellen. Oh mein Gott. Nice. Let's go. Ich wollte mich erst in die Mitte spielen zu dir, aber hast du mal gut unter Kontrolle bekommen. Schön gemacht. Danke. Was ist jetzt los hier? Ist übrigens auch für euch ein Tipp. Gerade in solchen Situationen, wo nur noch ein Gegner hinten ist, dann sollte der andere versuchen, den auf jeden Fall zu zerstören. Weil so habt ihr ja gesehen, ist eigentlich echt ein Free-Goal. Schade. Ja, da hat er mich zerstört. Das sieht man mal. Ja. Bin aber auch auf den Boost gegangen. Let's go. Oh mein Gott. Okay. War da was? Ich habe nichts gesehen. Die Aufnahme wird direkt beendet. Oh mein Gott. Schade. Scheiße. Ah, war das dumm. Okay. 2-2. Komm schon. Komm. Oh, war der geil. Nice. Sehr schön. Danke. Aber was mich auch mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob das unsere, wie es unsere Leute sehen, ob wir mal ein Turnier machen sollten im Video. Das würde mich mal interessieren, um ehrlich zu sein. Ja. Weil da hätte ich auch schon mal drauf. Hä? Okay, das war weird. Äh, ja. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob wir mal ein Turnier machen sollen. Ach, ey. Du hast den Klassiker gemacht. Ja, ich dachte, du merkst es nicht. Ich habe extra nichts gesagt. Äh. Scheiße. Du musst es dir aber auch angucken, naja. Muss ich erst mal suchen. Schwein, du. Oh Mann, 3-3, ey. Ja, eigentlich ist es machbar. Oh. Oh mein Gott. Let's go. Easy. Sorry. Easy go lasso. Ich hätte ja lassen können. Oh, Scheiße. Oh, ich dachte, er hat ihn. Let's go. Okay. Alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut, die Gang. Keine Ahnung, was ich da mache, aber ich habe eine kleine Zeit rausgezogen. Oh, ich habe den Boost nicht bekommen. What the fuck? Okay. Ob der früher dran war. Muss ich mir nochmal kurz angucken. Krass, wie wir beide gleichzeitig dran waren. Okay. Fangen nicht mehr an. Let's go. Nice. Zweites Game. Zweiter Sieg. Schaut schon mal gut aus. Das heißt, wir müssen jetzt reintrittlich noch ein Game von drei gewinnen. Dann werden wir wieder positiv ausgehen. Dann sind wir schon positiv. Ja. Okay. Gauen wir mal. Bessere Ausgangslage als beim letzten Video. Let's go, drittes Game. So, drittes Game. Dritter Sieg? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Berater an Ausrufezeichen. Okay, Ausrufezeichen. Okay. Kein Team. Nice. Könnte gut, aber auch schlecht sein. Ja. Meistens schlecht in so einem... Also, ich weiß nicht, ob man es hochnennen kann hier in Champ. Naja. Ist schon fast scheduled hier alles. Du weißt doch, war das letzte Video mit hier Champ ist Bronze? Ja, stimmt. Ja, ich wusste es. Und so verteidigt man diese Taktik. Perfekt gemacht. Ja, wenn man Glück hat und die das nicht checken und auch hoch springen, aber gut funktioniert. Oh mein Gott, komm. Oh mein Gott, habe ich den gut getroffen. Nice. Sehr geil. Oh, die. Nicht verklicken, nicht verklicken. Sehr gut. Ja, der war geil. Hatte erst Angst, dass er so Boden, nur am Boden lang rollt und dann hätte er den gehabt. Boah, ich bin falsch aufgekommen, scheiße. Komm schon, den hast du. Schade. Hat er genau die andere Seite. Bitter. Ja, ich bin auch voll weird aufgekommen. Wollte ich mir eigentlich ein bisschen so vorlegen. Ah, 1-1. Let's go. Let's go. Nur 2%, jetzt habe ich wieder 14. Komm schon, let's go. Nice. Das war ein geiler Flick, den mache ich auch selten eigentlich. Schönen viel Speed und da sind nicht mehr dran gekommen. 2 zu 1 Führung. Let's go. Oh mein Gott. Ist dir schon aufgefallen, die kommen an jeden Ball nochmal ran, aber machen den dann irgendwie doch noch rein. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Geil, schon gemacht. Knapp, aber drin ist drin. Ja, ich knapp. Oh, ich habe scheiße in die Mitte gespielt. Ich wollte schon sagen, ich vertraue dir, dass du den weghaust, aber gut. Wie weird war das, naja. Ja, war schon ein bisschen weird. Habst du gesehen, aber ja. Nope. GG. Nice. Let's go. Let's this game. Jetzt kann passieren, was will. Wir haben es drin. Wir sind positiv. Genau, jetzt ist alles nur noch Bonus. Komm. Wäre natürlich nice, wenn wir jetzt eine Fünferstreak ausschauen würden, aber ich will nicht zu cocky sein. Nehmen wir jetzt alles, was ich kriegen kann. Ich sehe nichts. Franzosen. Obwohl, wer hat gesagt, das Franzosen ist schwierig, sondern es ist gerade falsch. Let's go. Nice. Da erstmal dem Franzosen Spaghetti weg. Okay, ich habe den gar nicht. Oh mein Gott. Ich dachte, er fährt da weiter. Ja gut, das war mein Fehler. Ich dachte, ich kann da so Beils mitnehmen oder so. Bin ich da. Boah, wie lucky. Okay, 1, 2, alles drin. 3 Minuten 16. Komm. Ich hätte aber auch 2, 2 stehen können. Ich hätte den einmal umlassen. Wie lucky. Ach man. Komm schon. Jetzt fuck ich das schon wieder ab. Obwohl ich gerade gesagt habe, ich lasse mich nicht abfacken. Oh mein Gott, nice. Oh mein Gott. Kurze Cristiano Ronaldo votiert oder was? Okay. Oder die und den Messi. Oh mein Gott. Ja, okay. Krass. Schön gemacht. Danke, danke. Yes. Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott. Ich würde schon sagen, gut geopfert. Oh mein Gott. Was der für ihn zerstört. Ja, schön gemacht. Und sie haben verlassen. Nice. Ah ja, was ist denn los? Gell. Ah, Leute. Letztes Game. Und dann wissen wir es. Jetzt doch die Frage. Film was zu weg? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Holy shit. Okay. Mal schauen, wie es im letzten Game uns geht. Komm jetzt. Last Game. Last Win. Let's go. Letztes Einranked Game. Und perfekter Start. Yo. So das. Kein Boost. Deiner. 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 Ich hab gechillt. Jojo. Posten wäre fast reingegangen. Macht gar kein Full-Din hier für den Chef. Oh no. Ah, der hätte sich auch haben können. Let's go. Boah, der war so stark. Holy shit. Aber egal. Alles noch dran. Ich muss sagen, die besten Bumps, die ich mache, ist immer mit bei Kamera an. Wenn ich die gar nicht erst sehe. Hab ich ihn gebummt? Hast du ein bisschen Zeit? Let's go. Ausgleich 2-2. So will ich das sehen, ja. Ja. Gut, dass wir uns nochmal herangerappelt haben. Einfach aufgegeben haben. Oh mein Gott, komm schon, den hast du. Nicht? Ach man, ey. Was war das schon wieder? Na. Off. Komm. Ich hätte den einfach lassen sollen und da hinten fahren sollen. Let's go. Yes. Komm jetzt. Das ist so spannend. Oder wir schießen noch eins. Ich sag dir, wir flussspalt irgendwann, da kommt es voll aus. Ich war jetzt so schütze. Lost Gamer Grip. Das ist halt wirklich so. Unter meinen Händen ist einfach so ein See. Ah. Mit so viel Druck komme ich nicht klar. Gar keine. Äh. GG? Ja. Hast du einen auf Patrick gemacht? Ah, scheiß drauf. Ich war es plötzlich bloß. Ah. Komm. Mitte nochmal. Oh, der ist halt den so probiert. Ach man, ich hätte es mir so gewünscht, dass wir es wollen. Wäre auch drin gewesen. Und? Champ 2 Liga 4. Ach, Leute. Okay. Hätten wir das gewonnen, wären wir in Champ 3 gewesen. Ja. Das heißt, wir kämpfen uns wieder hoch in Champ 3. In der nächsten Folge. Aber hat richtig Bock gemacht. Ja. Wie viele Games haben wir jetzt gewonnen? Insgesamt sieben Games gewonnen und drei verloren. Genau. Stimmt. Ja. Ist eigentlich eine gute Bilanz. Ja. Hätte besser sein können. Klar. Zehn Games gewonnen hätte auch. Natürlich. Klar. Nee. Das jetzige hätten wir noch gewinnen können. Ja, das stimmt. Aber egal. Hat trotzdem Bock gemacht. Gerne mal in die Kommentare, wo ihr eingerankt worden seid. Und dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Schöne Woche und bis dann. Ciao. Ciao.